Musik Ich finde einfach ein 3-Tage-Bart super schön. Also es steht auch nicht jedem an. Jeder muss immer so herausfinden, okay, welcher Bart passt zu mir. Und da muss man einfach ein bisschen experimentieren. Aber ansonsten finde ich Bärte super sexy. Musik Es gibt natürlich einige Kandidaten, die einfach so lang wachsen lassen. Das ist jetzt nicht so mein Fall. Also ich finde, ein Bart muss nicht perfekt gestylt sein, aber er sollte schon gestylt sein. Aber es sollte halt nicht so aussehen, als wenn es perfekt und grazil gemacht worden ist. Sondern es darf ruhig noch so ein bisschen männlich wirken, also so ein bisschen anderen sein. Und einfach ein schöner 3-Tage-Bart, der einfach gepflegt ist. Musik Es ist für mich nichts mehr Ungewöhnliches, muss ich sagen, jetzt im Nachttentrum zu springen. Also ich war schon mal nackter. Von daher, nee, ich fühle mich ja wohl in meinem Body und mir geht es gut und ich weiß, dass da keiner mir irgendwas weggucken will. Musik Es macht mir auf jeden Fall total viel Spaß, mich vor der Kamera zu bewegen, auch mal total verrückte Sachen zu machen, andere Sachen zu machen, als das, was ich normalerweise vor einer Fotokamera mache. Musik Ich glaube, dass wir ein ganz tolles Setting heute hatten. Wir hatten ein großartiges Team. Alle haben wirklich gut miteinander harmoniert. Das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig, gerade bei Werbespots, wo es einfach auch viel um Mimik geht und um Ausdruck und einfach auch um die Stimmung. Und wenn das Team quasi eine gute Stimmung auf mich projiziert, kann ich das auch der Kamera wiedergeben. Und wir hatten unser Männermodel heute, das war auch gut drauf. Von daher, ich hoffe, das wird ein schöner Spot. Musik 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 Hahaha! Waaaaaah! Hahaha! Ahhhhh! Hahaha!